ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Du musst doch was essen, denk an die Elektrolyte Du bist also der Depp, der meint, er könnte hier um 11 Uhr ein Schweinebraten bestellen Warum bist du schon seit 7 Uhr auf, rufst mich um 10 Uhr an, nur um mir zu sagen, dass du schon seit 3 Stunden auf bist, Mutter, warum? Wir kommen nach Berlin Ah, da ist er ja, hallo Boss Auch wenn du kein Geschäftsführer bist Wir haben dich trotzdem lieb Hauptsache du kommst über die Runde Du bist echt ein komischer Kaut Bei dir weiß man nie, wie du das meinst, wenn du was sagst Ja, geht mir genauso Habt ihr schon gehört? Die Mauer ist offen Die kommen jetzt alle rüber Ja, hat vorhin schon einer erzählt Also wenn ich mir euch so angucke, dann habt ihr wohl alle euer Hobby zum Beruf gemacht Irgendwo da draußen ist immer ein Job für Supercar Ich liebe dich!